Sprechen wir über den Bürgerdialog des Kanzlers. Gestern mit einem, der live dabei war, Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Die Mitorganisator war, hallo, Herr Hollitzer. Guten Morgen. Herr Hollitzer, was nehmen Sie vor allem mit von der Veranstaltung mit dem Kanzler gestern? Erstmal vorab, ich bin etwas verschnupft, nicht wegen der Veranstaltung gestern Abend, sondern tatsächlich eine kleine Erkältung, deshalb meine Stimme vielleicht etwas eigenartig. Alles gut. Wir haben einen souveränen Kanzler erlebt, der scheinbar frisch gestärkt aus dem Urlaub zurück war, hat einen langen Tag hinter sich gehabt, nachdem er dann die Bürger dort begrüßen durfte. Er hat nicht viel Gegenwind bekommen. Es war, glaube ich, ein sehr zurückhaltendes Publikum. Natürlich konnten auch nicht alle, die dort waren, ihre Fragen loswerden. Bei 180 Leuten ist das natürlich verständlich. Und kritischen Fragen ist er, wir haben es ja eben gehört, eben auch bekommt, ausgewichen. Das kann man dann eben. Bei Lob ist er viel, bei sich selbst, geht auch gerne mal ins Anekdotische, was er alles schon geleistet hat, auch als Bürgermeister in Hamburg. Verweist dann auf die Leistung seiner Regierung, sobald es aber zu Herausforderungen kommt, wie zum Beispiel bei dem Schwenken auf E-Mobilität. Es sei dann eine gemeinsame Kraftanstrengung, wo alle gefragt seien. Oder bei der Frage, die wir eben gehört haben, wie geht man mit der Gefahr um, dass unsere Demokratie unterwandert wird, dann sind wir alle wieder gefragt. Es wurde halt oft wenig konkret. Wir kommen gleich nochmal aufs Konkrete, was Sie sagen, zurückhaltendes Publikum. Wie war die Stimmung so schlecht, wie man es erahnen könnte, wenn man so die Berichterstattung über Deutschlands derzeitige, vor allem wirtschaftliche Lage verfolgt? Ja, die Berichterstattung über Deutschlands wirtschaftliche Lage, ich muss aber auch sagen, die Berichterstattung über den Osten Deutschlands, trägt ja auch so ein Bild bei, dass man denkt, in Thüringen laufen nur Miesepeter rum, was ja gar nicht der Fall ist. Denn der Großteil der Bevölkerung wählt eben nicht eine Partei, von der ganz Deutschland denkt, die Thüringer wählen, wählen sie alle. Und das trägt so ein Bild bei, dass man dann gleich denkt, die haben das in ihrer Vorberichterstattung, habe ich gelesen, ja auch, so angeteasert, Thüringen ist kein leichtes Pflaster für Scholz. Die Stimmung war respektvoll, zum Teil auch gelöst, also es wurde auch gelacht. Der Bundeskanzler kann das ja auch im direkten Gespräch mit Menschen, oft anders als der Scholz-O-Mat, den wir kennen aus den üblichen Bildern im Fernsehen, auf Pressekonferenzen und so weiter. Er kann durchaus empathisch auch sein und zugänglich zu den Menschen und deswegen wählt er solche Formate natürlich auch. Ich habe das vorhin schon gesagt, auch die Gefährdung der Demokratie war gestern ein Thema. Sie haben jetzt die AfD explizit angesprochen, die ja auch in Thüringen im Großen Umfrage hoch ist, weit vor der SPD. Sie selbst haben Herrn Scholz auch interviewen können rund um diese Veranstaltung. Was kam dazu von ihm? Zur Demokratiegefährdung? Gerne oder auch, wenn Sie sagen, da war noch was anderes Wichtiges, auch dazu gerne. Ach so, in dem Interview, okay. Zur Demokratiegefährdung, es haben natürlich ja Bürger angesprochen, dass gerade Mittel gekürzt werden für Projekte, die sich generell mit dem Stärken der Demokratie beschäftigen. Oder die Bundeszentrale für politische Bildung soll ja nach dem jetzigen Stand des Haushaltsentwurfs auch Mittel gekürzt bekommen. Zur AfD, es arbeiten sich natürlich momentan alle an der AfD und an diesen Umfragewerten ab. Die Schwäche der anderen Parteien ist eigentlich die Stärke der, oder das Bild, was vermittelt wird in der Öffentlichkeit, ist die Stärke der AfD momentan. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie realistisch ist es denn, dass man auf kommunaler Ebene nicht mit der AfD zusammenarbeiten kann. Wenn eben ein Antrag eingebracht wird im Stadtrat, der Neubau oder die Sanierung einer Kita, da lässt sich schlecht dagegen stimmen. Nur weil die AfD den Antrag eingebracht hat. Und dann sagt er, ja, aber man kann ja dann selbst diesen Antrag einbringen, damit dieser Antrag dann eben nicht von der AfD kommt. Und dann wird es dann schon langsam irgendwie kurios, für Kommunalpolitiker auch ein bisschen weltfremd. Aber wie es genau ausgegangen ist, können Sie dann später an diesem Tag online auf unserer Seite lesen oder gedruckt. Werden wir so machen, Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringen allgemein. Vielen Dank Ihnen für die Einschätzung zum gestrigen Bürgerdialog. Sehr gern, vielen Dank.